alle Leute ich bin hier mit dem Art of Stars Prozent wir spielen Survival Games ja auf 5 auf 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 5 5 MC gehen wir mit Prozent ich schätze schon wir sind ein Team um ich bin in den Gründen ich hab sowieso nicht ich hab die Kiste nicht geöffnet gekriegt scheiße ich habe gar nichts gekriegt ich hab ich hab weiß was ich hab ich hab ein ganzes Ort und hat die jetzt schon schlagen können Alter aber auch gut dass er mich an bis die Schild und ist nur ich will ich glaube dass er der Herr aber auch mal so lang hier lang ich hier lang ja gibt es ein paar Kisten mit der Aufmerksamkeit ich bin wohl schon das ist auch ein zweiter Team der Arbeitsschwert ja sie sind total zweiter Team er hat total der eine Städte Lade war das von den Pferden nicht zu müssen als Versuchung der EZ rechts lang er muss es nur machen Kölner so meine Festplatte auf heute über 20 die Arbeit frei das waren es nicht mehr achten nichts und schon abzauern die Arbeit bei uns ab muss auch noch mit ich habe auch schon eine Menge gelöscht aber trotzdem nicht mehr mehr bis zum Haus ja ganz guck mal ich gehe ich kletter den Berg bis nach ganz oben und da gibt es auf jeden Fall eine Kiste Prozent ich wollte doch noch wir müssen als ernein um zu laufen ja ich hab gerade eben auf anderen Server das gespielt sind klar die gleiche nicht Riesel ist ein Abdoch ich bin unten in dem oder so spielen ich habe Bogen und ein Pfeil Prozent das ist ein Spieler aber er hat anscheinend noch keine Ausrüstung oder ich bin recht gut wenn du mich siehst also wo ist denn beim Dorf hat sie ungefähr beschreiben dann komm ich habe Bogen der hat noch nichts das ist egal und findet jetzt einfach keine Kiste die Kiste von hier im Dorf da kommt einer mit dem Schwert rein ins Dorf Prozent also ich habe es dann haben auf den Berg gesehen ich hoffe es bist du ja ich bin da drunter ich hab gerade die Kiste gefunden ja es wäre gut wenn wir uns mal wieder finden würden wo ein Wort weil ich hab noch nicht zum Goldbahn ich meine ich habe auch ich habe ein Goldschwert und Bogen aber das ist ja ordentlich ob ich das noch schafft bevor er in den Rentsch das wäre schön das in die nächsten Welt wenn sie mehr sind nein morgen ich glaube das ist die Kiste wo ich gerade war und ich habe ein bisschen schon oder hinter mir sind da einer hinterher Komma Berg runter siehst du mich nein keine wir sind ungefähr vier Kisten und Prozent die hat noch Schein 1,0 Blut und das heißt ich blut jetzt erst auf den Berg ne ich bin ja an einem Fluss nicht an ein bisschen Sachen also ich sag wenn nur ein den mit äh Typen mit einem Rollschwert und ich glaube ich gehe mal auf den Berg ganz oben drauf wieso und die tschüss ja alles äh hört zum Planung um die Sache ist bloß die man sich nicht ist in drei davon waren um ungeöffnet mit Kram drin ist auch gut ja aber in einer nichts was mich bis hin und jetzt mal weil wegen Baum ja also es scheinbar sind unruhisch in einem Landkreis und die ist also wer hat ein bisschen Panik und dann ist das schnell einfach hatte die Lüge für so den Vorstellungen bei einer hinter mir ist einer hinter mir ist einer Torwartung kann uns werde ich retten hoffentlich was hat denn ich glaube schwer also ich will es sind gestorben alte Moritz Schaden wenn ich vielleicht Prozent was ich beobachte dich noch einfach nicht nimmt es doch wie soll ich jetzt geliebt oder sei und er hat sich getötet R Torwartung scherz er doch ja genau der er auch viel mehr auszustellen zu ist der sein skin hat hinten Kopf mehr hat er nicht das war auch die Falle zur Runde und drachen ist und wenn ich mir bin doch auch schnell wenn du hinter dir ne der geht es also runter zum Fluss mehr da war auch noch zwei der Kiste ich weiß nicht ob die geöffnet sind und zum Eiskluss aber an vierten weiterkommen aus der Allgut so und danke um 8 Leute ich würde es ja echt nicht finden wenn wir sterben oder ein Töten weil es nützt mir ein bisschen scheiß wenn ich hier Prozent zwar lange überlebt aber dann genug auszustehen habe ich kann die links und Ecke ist doch ein ich guck gerade ich bin der weite über dir ja da ist einer noch nicht in den TNT tja dort wüsste ich auch gern warte wenn du jetzt äh hinter dir sozusagen gerade ausfasst an dem Eis lang dann ist er noch eine Kiste dieser zweitesten ja ich hab nur die einig ähm ich hab dann sehen Worte bis zum Teil weiter mit das war so für die Aufmerksamkeit bis zum nächsten Mal oder ein aber herzlich willkommen zu einer weiteren Rundischen bei Weltgames ähm ja dabei ist Lukas naja da vor allem die Erfolge und sie aber die Spiel mit dem Glück und da den Knast Bruder ich hab schon Hälfte Hunger weg das gerade richtig aufregt ich hoffe es geht er kann er sich Rho Prozent er und Marco und die Runde so wird die Spielen auf Prozent das was was mit anscheinend sind ich habe noch nicht gespielt und zu sein Prozent nur heute ich bin am 20 da muss einfach und da muss so und da gibt es auch wo bis zum Grund gibt es auch noch Kisten einfach ganz ins Wasser unten springen ich habe mich haben wollen ja ganz runter da gibt es auch und da gibt es auch noch ein paar Kisten und ich habe schon vor Ort und die Leben vor dem Leben wieder gekriegt müssten ich versuche ich erst mal einen Weg zu pumpen um ich sehe ich hier so durch die Ordnung ich den verfolge ich noch nicht ich werde also ich bin jetzt noch an denn es muss worden also auf und so ein Messer ja ich bin in den Tunnel reingegangen ja ich auch ob wir werden vielleicht überlegen sollten welchen meiner geht nach draußen hat eine Auge hat und ich doch ja wartet das Thema wieder in die Mitte also ich werde es hier die in die Mitte gehen die Mitte schon so für die ich habe war ein halbes Herz und ich werde sterben aber und ich das überlebt wird gerne wissen welchen Tünnel du ich bin der Mitte und ich werde sterben aber es ist egal ja da warte warte schwimmt schwimmt schwimmen in die Mitte Worte eine beschwert ja ich ja ich ja ich ja bitte ja jeder Weg ja ja scheiße die bessere Position unter Wasser wenn ich jetzt sterbe ne ich habe mal bisher ich habe keine Chance wir haben ein Nein weil ich kann jemand getötet aber das kann doch nicht sein Ehe da haben die ich auf der Sponsor war und hat nicht gekriegt es ist das ganze Saft gekriegt Ninde ich werde mir nicht genug aber warum ist das da ich ich mache das Slow Mo 1 so und man hat sie ja zurückkommen die Tür auf Machpel auch durch die Portik nicht zu dir bis in die Tür ha ha fail und ich mag das also die Meldung ist echt eklig die sind ja von jetzt worden finde ich schon total und attraktiv ja also ich bin echt nicht geil ich bin draußen draußen fällt mir doch ein bisschen besser ich habe ein paar schöne Screens Prozent und manchen Wasserfahnden Türen und ich habe in den Basel ich beende mal die Aufnahme warte 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 geht klettert den Tunnel hoch nein geht zurück zieht da ich weiß nur ne Kiste ist oben auf dem Tunnel drauf ist ne Kiste was mit so anstürnt so haut rein bis zum nächsten Mal tschüss tschüss